Kommt der Schlag zwar an, aber ich nehme die Kraft, das kann ich machen, wenn ich kein Platz ab und hier im Infight bin. Aber wenn ich mit dem Schlag nur noch mal ziele will, dann mache ich... Ja? Okay? Ja? Darum gehe ich. Und deswegen, dieser buntregende Bewegung sagt, ob ich schlage nach vorne, weil man kommt direkt ab, das denke ich hier sehr auf und dann kommt der Schlag. Ich beschäftige ihn, ja? So windmüllmäßig. Das kannst du beahnen, hin und her machen.